Aber das ist doch mal das, mitzubeahmen. Wir haben das, mitzubeahmen, die Freie. Wir haben das, was wir hier haben, gemacht. Das hat nicht mehr so gut, aber da ist vor zwei Jahren, dass jeder gebraucht ist. Dann wollen wir hier drüber gehen. Synergetik. Synergetik, Synergie. Ja, ja, schönes Wort. Das ist ja auch ein kleines Richter, ein bisschen vorgegangen. Das ist ja ein kleines Projekt. Das ist ja ein kleines Projekt. Ja, das ist ja ein kleines Faktor. Das ist ja ein kleines Faktor. Ja, echt? Ich finde es wieder glücklich. Ich habe nichts gegen Synergie, aber ich finde es vorgegangen. Weil es nichts weiter als nur Hülsen ist. Ja, das stimmt auch nicht. Was ist damit gemeint?